Liebe Grazerinnen und Grazer, ich glaube, es gibt in Graz nur eine einzige vernünftige Alternative zu dem, was wir überall schon kennen, nämlich rot-schwarzer Stillstand oder blau-schwarze Korruptionsaffären. Und das ist Lisa Rücke. Und gerade in der Verkehrspolitik braucht es Nägel mit Köpfen. Das heißt aber nicht Nagel, sondern in diesem Fall Lisa Rücke.